Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Die Diskussion um die Klimaveränderung sollte nicht in fanatischer Weise geführt werden. Ein Gastbeitrag von Helmut Krizal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Ohne Zweifel hat das Zentrum der grün-roten Klimarettungsbewegung einen starken religiösen Charakter. Nun richtet ein religiöser Charakter, wenn er sich im normalen Bereich befindet, keinen Schaden an. Wenn jedoch dieses religiöse, nach dem Volksmund genannt rechts oder links, vom Pferde fällt, dann wird diese Situation für eine Gesellschaft eine Belastung, bis hin zu einer Gefahr. Nun verehren die Anhänger der Klimarettungsbewegung keinen Gott bzw. keine Götter, mit anderen Worten, sie beten keine göttliche Kraft an. Da unterscheiden sie sich von früheren Naturvölkern und auch von höher stehenden Völkern, die beim Ausbleiben von Regen und fortbestehender Hitze ihren Gott oder ihre Götter um Hilfe baten und Tieropfer bis hin zu Menschenopfer darbrachten, um die Göttlichkeit zu besänftigen. Bei der heutigen Klimarettungsbewegung steht also keine Gottheit im Mittelpunkt, sondern eine Idee, eine Meinung, eine Auffassung, die jedoch auf die gleiche Stufe mit einer Gottheit gestellt wird. Und die Anhänger dieser religiösen Bewegung fordern von den Menschen, den erbrachten Wohlstand zu opfern, um das Klima zu besänftigen. Es ist bedauerlich, dass so viele Menschen, besonders junge Menschen, einer Verführung, die stark mit Ängsten arbeitet, nachgeben und dadurch ihren Verstand und ihre Vernunft außer Kraft setzen. Sie sehen nur noch vor ihren Augen, wie diese Erde verschmachtet und eine Lebensfreude ist nicht mehr in ihrem Herzen. Klimawandel oder Klimaveränderung sollten eigentlich kein Thema sein. Klimaveränderungen gab es schon immer und die heutige ist auch nicht erst seit gestern, sondern etwa seit 150 Jahren nach Beendigung der sogenannten kleinen Eiszeit. Wenn man mit jungen Menschen spricht, die der Klimarettungsbewegung angehören, muss man feststellen, dass diese oft sehr unwissend sind und in fanatischer Weise auftreten. So wie auch andere religiöse oder politische Bewegungen sich oft in einer Blase bewegen, so sind diese ebenfalls in einer Blase, die ich als eine Angstklimablase bezeichne, gefangen. Sie unterscheiden nicht zwischen Wetter und Klima, das Jahr 1540 sagt Ihnen nichts. In den letzten 1000 Jahren war im Jahr 1540 der heißeste Sommer. Elf Monate regnete es nicht, die großen Flüsse in Europa waren fast ausgetrocknet und der Bodensee hatte kaum Wasser. Eine große Zahl von Menschen starb damals in Europa an Hunger. Sie wissen auch nicht den Unterschied von einer aktiven bzw. heißen Sonne zu einer passiven bzw. kalten Sonne und wie diese sich auf das Klima auf der Erde auswirkt. Auch die Sonnenwinde und Sonnenflecken, die ebenfalls dazu beitragen, dass sich das Klima auf der Erde verändert, interessiert Sie nicht. Und welche Kraft es wohl war, die den dicken Eispanzer, der z.B. auf Europa lag, zum Schmelzen brachte, wird von Ihnen ausgeklammert. Ebenso können Sie mit dem Hinweis auf die Temperatur, als die Römer über die Alpen nach Mitteleuropa kamen, nicht viel anfangen. Als die Römer hier waren, z.B. am Rhein, war die Temperatur ähnlich wie heute. Und weil dies alles so in der Vergangenheit war, geht es eigentlich nicht um das Thema Klimawandel oder Klimaveränderung, sondern um das Thema, wie viel Anteil hat die heutige Gesellschaft an dieser Klimaveränderung. Ist die heutige Menschheit stärker als die Kraft der Sonne? Ich persönlich, weil ich mich mit den Klimaveränderungen aus der Vergangenheit beschäftigt habe, sage hierzu Nein. Vielmehr sage ich, die Menschheit sollte sich dieser Klimaveränderung anpassen. Des Weiteren trenne ich Wetter vom Klima und gehöre zu der Gruppe von Menschen, die klar sagen, wir müssen alles tun, damit wir eine saubere Luft haben, verantwortlich mit Trink- und Regenwasser umgehen, aufhören, den Regenwald abzuholzen und die heimischen Wälder neu aufforsten und pflegen. Dann der Landwirtschaft die Möglichkeit geben, entsprechend die Landwirtschaft anzupassen, sowie die Meere nicht mit Müll zu verschmutzen. Ich wünsche besonders den jungen Menschen, gleich, ob sie der Klimarettungsbewegung angehören oder nicht, dass sie die Klimaveränderung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und sich dementsprechend Informationen einholen, um eine eigene Auffassung oder Meinung bilden zu können. Als Anhänger einer freiheitlichen Demokratie und Befürworter der Meinungsfreiheit dürfen Menschen sagen, die Klimaveränderung wird durch die Menschheit herbeigeführt, aber sie dürfen auch sagen, die Klimaveränderung wird nicht durch die Menschheit herbeigeführt. Des Weiteren können jedoch auch Menschen sagen, dass der Anteil der Klimaveränderung durch die Menschheit nicht so groß ist und wird unter den Klimawissenschaftlern bewertet, sondern es sind die Kräfte der Sonne, die immer wieder Klimaveränderungen auf der Erde bewirken. Und die Diskussion um die Klimaveränderung sollte nicht in fanatischer Weise geführt werden, sondern in ruhiger und sachlicher Weise. Und da ist nicht nur die Gesellschaft gefordert, sondern auch die Politik und die Wissenschaft. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.